Ich stelle Ihnen das Buch Synthesen von Paul Mommerz vor. Unser Autor Paul Mommerz, international prämierter Filmautor, notiert seit Jahrzehnten aphoristische Thesen zu kritischen Diskussionen um das Thema Religion. Unpastoral, provokant, aber auch sachgerecht und fair. Er fesselt durch überzeugende Klarstellungen, neue Argumente und bereichernde Einsichten. Der Autor selbst sagt über sein Buch folgendes. Als bemühter Christ und bekümmerter Katholik habe ich den Diskurs verfolgt und während meiner Arbeit als Autor, Journalist und Redakteur meine Meinung in aphoristischen Thesen festgehalten. Ich schreibe als Reaktion auf typische Äußerungen im privaten, beruflichen und öffentlichen Umfeld und verstehe meine Thesen als kritischen Beitrag eines Sympathisanten der Kirche von unten und von innen. Ich schätze die unpastorale Rede und unabhängiges Urteil. Dass ich kein Theologe bin, wird vielleicht wettgemacht durch Unbefangenheit. Genau genommen sind ja die, die nach Gott fragen, alle Theologen. An kritische Fachtheologen wäre die Rückfrage zu richten, ob ein Suchendes ungefähr nicht auch mal besser sein kann als das selbstgewisse der Hagenau. Für Gläubiger, Skeptiker, für Gläubige, Skeptiker und Sinnsuchende ein inspirierendes Geschenk dieses Buch voll Paul Momerts. Synthesen, eine Veröffentlichung der Europa Verlagsgruppe, ist ab sofort im Handel, im Paperback-Format und online im E-Book-Format erhältlich. Musik